Ich würde sagen, wir sind ein relativ junges Weingut, sind sehr bemüht. Letztendlich ist es immer das Streben nach dem besten Wein, das uns leitet und das uns führt. Und das macht auch einfach Spaß. Die Pfalz ist sehr vielfältig. Wir sind ja ganz im Norden der Pfalz, im Kindenheim. Wir liegen relativ hoch. Wir sind eben auch im Norden. Das heißt, bei uns ist es etwas kühler als woanders. Das ist das viel beschriebene und vielgesuchte Cool Climate, das eigentlich viele Weinmacher suchen. Und das bringt einfach diese sehr mineralischen, sehr klaren Weine hervor, die es bei uns gibt. Das Weinjahr 2012 war schon besonders. Wir hatten halt sehr schlechtes Blütewetter und waren da im Frühjahr schon ein bisschen ängstlich, was daraus wird. Dann der verregnete Sommer. Das hat jetzt auch nicht gerade zur Entspannung beigetragen. Aber der Herbst hat alles ausgebügelt und es war wunderschön. Wir hatten eine tolle Lese 2012, auch wenn die Menge etwas geringer war. Aber die Qualität ist super. Und wir sind sehr, sehr zufrieden und waren einfach wirklich oder sind nach wie vor sehr happy mit dem Jager. Was kann das weiterhin gleich gut sein. Untertitelung des ZDF, 2020